Das bedeutet dementsprechend auch, dass es nicht wie oft missverstanden wird, darum geht in der Psychoanalyse alles zu verstehen und Erklärung für alles zu finden, sondern darum eben nicht mehr verstehen zu müssen, lieben und leben und genießen zu können, ohne sich dauerhaft erklären zu können oder erklären können zu müssen, sich beobachten zu müssen. Es geht darum wieder, aber diesmal auf eine erwachsene Art und Weise naiv und frei zu sein oder zu erleben. Erst dann können wir wirklich tiefe Befriedigung erreichen.